Hallo und herzlich willkommen zu Bildetristik fürs Volk. Mein Name ist Max und es wird mal wieder Zeit für eine Analyse. Und zwar habe ich mir Homo Faber von Max Frisch einmal genauer angeguckt. Ein Buch, was wieder sehr an Relevanz gewonnen hat, Stichwort Digitalisierung und immer weiter voranschreitende Technik. Also ein Buch, was ein ganz, ganz wichtiges Thema anspricht und was deshalb aktueller denn je ist, was aber gleichzeitig auch vom Inhalt her teilweise ein bisschen verstörend ist. Was ich damit genau meine, werde ich später noch erläutern, aber um dieses Buch soll es in der heutigen Analyse gehen. Ganz kurz nochmal der Hinweis, wenn du Lust hast auf noch mehr Literaturanalysen, wenn du Buchempfehlungen möchtest oder wenn du wissen möchtest, was ich aus interessanten Sachbüchern gelernt habe, dann abonniere doch den Kanal. Damit unterstützt du mich und du verpasst kein Video mehr. Sprechen wir nun zuallererst über den Inhalt von Homo Faber. Und hier ist die Hauptfigur Walter Faber ganz, ganz wichtig. Walter Faber ist ein Mensch, der über ein rationales Weltbild verfügt. Er selber ist Ingenieur und erschließt sich die Welt in Zahlen und Fakten. Emotionalität oder Dinge wie der Schicksal haben in seinem Weltbild keinen Platz. Für ihn lässt sich alles logisch und rational erklären. Die einzige wirkliche emotionale Bindung, die Walter Faber in seinem Leben hatte, war die zu seiner Jugendliebe Hannah, die er damals aber leider verlassen hat, als sie schwanger war. Die Handlung setzt dann ein, als Walter Faber im Flugzeug einen Mann aus Düsseldorf kennenlernt und feststellt, dass dieser Mann der Bruder seines ehemaligen besten Freundes Joachim ist. Dann kommt es zu einem Flugzeugabsturz und das Flugzeug muss in der mexikanischen Wüste zwischenlanden. Und was hier ganz besonders ist, obwohl Walter Faber den Eindrücken und den Einflüssen der Natur so ausgesetzt ist, ändert er nichts an seinem rationalen Weltbild. Er bleibt relativ kalt, er sieht das Ganze analytisch und er weiß, wie stehen die Chancen auf Rettung und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er entschließt sich dann, nachdem alle Pajaziere gerettet wurden, entschließt er sich mit seinem neuen Freund aus dem Flugzeug zu seinem Jugendfreund Joachim zu reisen, der eine Plantage in Guatemala leitet. Als die beiden dort eintreffen, stellt sich aber heraus, dass Joachim Selbstmord begangen hat. Er hat sich selber erhangen und auch dieses Ereignis lässt Walter Faber wieder relativ kalt. Er filmt sogar noch seinen toten Freund und steht dem Ganzen wieder sehr rational gegenüber. Walter Faber fliegt anschließend zurück nach New York, trifft dort auf seine Freundin Ivy. Er trennt sich aber wieder relativ schnell, weil er eben von ihrer großen Emotionalität und ihrer Hysterie relativ genervt ist. Walter Faber bucht dann eine Schiffspassage nach Europa und auf dieser Schiffspassage lernt er die junge Sabev kennen. Sabev ist ein junges Mädchen, was sehr viel Lebensfreude versprüht, was sehr viele Dinge hinterfragt, was sehr neugierig ist, was sehr viel ausprobiert und was so gar nicht eigentlich Walter Fabers Weltbild entspricht. Die beiden lernen sich kennen und verstehen sich irgendwie. Und Walter Faber erkennt sofort eine gewisse Ähnlichkeit zu seiner Jugendliebe Hanna. Und tatsächlich handelt es sich bei Sabev oder Sabet um seine eigene Tochter. Walter Faber ist aber so in seinem rationalen Weltbild gefangen, dass er sich diese Frage gar nicht stellt. Er denkt sich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine eigene Tochter hier auf diesem Schiff treffe, obwohl sie seiner Jugendliebe Hanna so ähnlich sieht und obwohl er weiß, dass Hanna damals schwanger war, als er sie verlassen hat. Für ihn kommt es aber gar nicht in Frage, dass Sabev seine eigene Tochter ist. Dann kommt es so, dass die beiden sich in Europa wiedersehen und Walter Faber und Sabev relativ spontan gemeinsam mit dem Auto dann durch Europa fahren. Das Unvermeidliche passiert und die beiden beginnen eine Liebesbeziehung. Das ist auch der Punkt, wo ich am Anfang meinte, der Inhalt ist teilweise ein bisschen verstörend. Denn hier haben wir Vater und Tochter, die eben aus Unwissenheit einer Liebesbeziehung beginnen. Wie gesagt, für Walter Faber war die Wahrscheinlichkeit einfach so gering, dass es sich um seine eigene Tochter handeln könnte, dass er gar nicht darüber nachgedacht hat in seinem rationalen Weltbild. Dann kommt es aber so, dass Sabev einen Unfall hat. Sie wird von einer Schlange gebissen und schwebt in Lebensgefahr. Jetzt stellt sich auch heraus, dass Sabev die Tochter von Hanna ist. Aber Walter Faber möchte zunächst auch nicht wahrhaben, dass es seine eigene Tochter ist, sondern er denkt, es sei die Tochter von Joachim. Dann ist es so, dass die beiden Hanna und Walter Faber sich wieder etwas näher kommen, während Sabev in Lebensgefahr schwebt. Also nicht körperlich, sondern emotional kommen sie sich näher, sie öffnen sich einander. Und hier ist auch wieder bezeichnend für Walter Faber, dass er die Sterblichkeitsrate von Sabev wieder an einer Wahrscheinlichkeit ausdrückt. Also der Arzt sagt, an einem Schlangenbiss zu sterben hat eine Wahrscheinlichkeit von 3 bis 10 Prozent. Und er macht sich überhaupt keine Sorgen, wenn er denkt, okay, die Wahrscheinlichkeit ist auf seiner Seite. Es kann nichts passieren, während Hanna, die Mutter, sich sehr große Sorgen macht. Und dann kommt es tatsächlich so, dass Sabev stirbt. Nicht an den Folgen des Schlangenbisses, sondern sie ist außerdem hingefallen. In derselben Aktion hat sich den Hinterkopf gestoßen und stirbt an einer Schädelfraktur, die eben nicht erkannt wurde. Jetzt erkennt Walter Faber eben auch, dass Sabev seine eigene Tochter war. Er erkennt die Ausmaße von dem, was er erkannt, was er getan hat. Und sein Weltbild, schon während der Reise wird sein Weltbild etwas in Frage gestellt, aber jetzt zerbricht sein Weltbild vollends. Walter Faber hinterfragt quasi jede Entscheidung, die er getroffen hat in seinem Leben und trifft den Entschluss, selber weniger rational zu leben, mehr Emotionalität zuzulassen und somit auch mehr Freude in sein Leben zu lassen. Das Ganze wird deutlich, als er am Ende des Buches eine Präsentation geben soll mit den Videoaufnahmen, die er die ganze Zeit gemacht hat. Und er soll eigentlich nur die Plantage in Guatemala präsentieren, also den Vorgesetzten von Joachim, der sich ermordet hat an der Plantage. Und hier trifft er eben auf seinen Film, wo auch sehr viele Aufnahmen von Sabev sind oder von seiner Reise durch Europa. Und er sitzt dort und er genießt einfach diesen Film, anstatt eigentlich seine Aufnahmen von der Plantage zu zeigen. Und hier wird ganz, ganz deutlich, dass Walter Faber seine Prioritäten geändert hat, dass er ein neues Leben lebt. Daraufhin fliegt er auch nochmal zum Beispiel nach Kuba und hier studiert er viel intensiver die Menschen und erkennt sie an, als das, was sie sind. Nämlich als Menschen. Er ist fasziniert von der Individualität der Menschen vor Ort und reduziert sie eben nicht auf das Rationale. Das war jetzt der Inhalt. Ich habe schon ein bisschen analysiert, habe schon ein bisschen was vorweggenommen, aber auf die wichtigsten Punkte gehe ich jetzt auch nochmal ein. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber der zentrale Punkt, das zentrale Motiv in diesem Werk ist das Weltbild von Walter Faber. Walter Faber erschließt sich die Welt mit purer Rationalität, mit Zahlen und Fakten, mit Wahrscheinlichkeiten. Er fokussiert sich auf Technik und Dinge, die er klar erfassen kann. Dinge wie Emotionalität, wie zwischenmenschliche Bindungen oder das Schicksal oder an etwas Höheres zu glauben. Das passt nicht in Walter Fabers Weltbild. Damit möchte er nichts zu tun haben und das kann er nicht so ganz einordnen. Das alles wird dann eben auf den Kopf gestellt und Walter Faber stürzt sich selber ins Verderben eben durch diese Rationalität. Es kommt ihm nicht in den Sinn, dass Sabeft seine Tochter sein könnte. Deshalb beginnt er eben diese inzestuöse Liebesbeziehung mit ihr und zerstört letztendlich auch ihr Leben. Und auch das Leben seiner Jugendliebe Hannah, denn obwohl Walter Faber sie begleitet und dafür sorgen will, dass nichts schief geht auf ihrer Reise, also auf Sabefts Reise durch Europa, geht eben etwas schief, so wie es nun mal ist im Leben. Und Sabeft findet den Tod auf dieser Reise. Also die Rationalität Walter Fabers konnte das Ganze nicht verhindern. Im Gegenteil, sie war sogar mehr oder weniger die Ursache. Denn wer weiß, wenn seine Tochter alleine auf die Reise gegangen wäre, dann wäre sie vielleicht auch heil wieder zu Hause angekommen. Aber so ist das Unglück eben geschehen. Und ich sehe das als ganz klare Kritik von Max Frisch eben an dieser Technikzentriertheit, an dieser Rationalität. Denn die Figur Walter Faber stürzt alle um sich herum ins Unheil eben, weil er diese Weltanschauung hat. Und er selber macht ja auch eine Wandlung durch. Und erst durch diese Wandlung hin von seinem technikzentrierten, von seinem rationalen Weltbild hin zu einem offenen, emotionaleren Weltbild, wird Walter Faber dann auch am Ende seines Lebens glücklich und kann das Leben viel mehr genießen, viel mehr in sich aufnehmen. Also wir haben hier eine ganz klare Kritik an diesem rationalen Weltbild, was Walter Faber lebt. Wir sehen das auch ganz klar in der Sprache. Zu Beginn beschreibt Walter Faber, das Buch ist übrigens aus Ich-Perspektive geschrieben, also aus der Perspektive von Walter Faber. Wir kennen also seine Gefühle und seine Gedanken. Und er beschreibt alles sehr nüchtern, sehr detailliert. Er vergleicht vieles mit Technik, denn das ist die Welt, in der er sich auskennt. Und je weiter das Buch voranschreitet, desto weiter auch seine Reise mit dem jungen Mädchen geht, mit seiner Tochter, desto mehr Emotionalität lässt er zu und desto anschaulichere Vergleiche trifft er, desto mehr Wert schreibt er der Kunst, der Kultur und Gefühlen bei dir eben erfährt auf dieser Reise. Und das wird ganz, ganz deutlich in seiner Sprache, die wir hier haben in diesem Buch. Ebenfalls wichtig ist das Menschenbild, was Walter Faber besitzt. Er ordnet nämlich die Menschen gerne in Schubladen an feste Kategorien ein und glaubt, dass alle Menschen diesen Kategorien entsprechen. Zum Beispiel sind Frauen für ihn oft sehr emotional, sehr hysterisch, wovon er auch oft genervt ist, weshalb er mit seinen 50 Jahren auch noch nie verheiratet war. Und Männer sind eben eher wie er selbst, eher kühl, kalkulierend und arbeiten eben mit Zahlen und Fakten. Aber auch das ist etwas, was sich wandelt und was sich auch durch die Nähe zu seiner Tochter wandelt. Denn er erkennt, okay, seine Tochter ist zwar emotional und hysterisch und aufbrausend, aber sie ist auch sehr interessiert an der Welt und sie versteht auch Walter Faber. Also wenn er ihr etwas erklären will über Technik, zum Beispiel, dann lauscht sie immer sehr gespannt, möchte das auch verstehen, stellt Rückfragen. Und so beginnt sein Frauenbild auch ein wenig zu bröckeln. Auch als er seine Jugendliebe Hanna wieder trifft, merkt er, dass sie eigentlich überhaupt nicht dem typischen Frauenbild, also dem Frauenbild in seiner Welt entspricht, sondern sie ist eine Professorin, sie lebt alleine ohne einen Mann, sie dient der Kultur, der Wissenschaft und das gibt ihm ein wenig zu denken und hilft eben auch bei diesem Prozess von Walter Faber, sein gesamtes Weltbild und auch sein Menschenbild zu überdenken. Also nicht nur seine Weltanschauung verändert sich, sondern auch sein Menschenbild. Er nimmt die Menschen individueller wahr, er steckt sie nicht mehr in Schubladen, und auch sein Frauenbild bzw. sein Männerbild löst sich auf, verschwimmt ein wenig und er denkt nicht mehr in diesen klaren Kategorien. Was sich auch durch den ganzen Roman zieht, sind Anspielungen zur Antike. Nicht ohne Grund spielt ein Hauptteil des Werkes in Griechenland, denn wir haben eine ganz klare Parallele hier zum Oedipus-Werk. Bei Oedipus ist es eben so, dass Oedipus seinen eigenen Vater unwissend erschlägt und seine Mutter heiratet. Als er dann erfährt, was er getan hat, stet er sich selber die Augen aus, denn er kann diese Schande nicht ertragen. Und hier haben wir natürlich eine ganz klare Parallele. Wir haben es natürlich umgedreht. Wir haben den 50-jährigen Walter Faber, der seine 20-jährige Tochter, der mit ihr eine Liebesbeziehung eingeht, und das auch unwissentlich und wodurch eben auch das Ganze dann im Endeffekt ins Unglück gestürzt wird und Sabat den Tod findet schlussendlich. Und wir haben während des ganzen Buches nicht nur viele Anspielungen auf eben dieses Oedipus-Drama, sondern wir haben generell sehr viele Anspielungen auf die Antike, auf Antike Sagen. Und das ist auch ein Motiv, das sich durch das ganze Buch zieht. Jetzt habe ich ja zu Beginn des Videos gesagt, dass dieses Buch relevanter denn je ist aufgrund der Digitalisierung. Aber was meine ich eigentlich damit? Fakt ist, dass die Digitalisierung uns wieder vor sehr große neue Herausforderungen stellt. Künstliche Intelligenz und andere Dinge übernehmen immer mehr Arbeiten, für die der Mensch eigentlich zuständig war. Und dadurch verliert der Mensch oder die Arbeit des Menschens vielmehr so ein wenig an Wert. Und das stellt uns wieder vor die Frage, wo steht der Mensch, wo steht die Technik und wie bewerten wir die Arbeit eines Menschen in Zukunft gegenüber der Arbeit einer künstlichen Intelligenz, wenn die künstliche Intelligenz jetzt schon in vielen Bereichen deutlich besser ist als der Mensch? Wird es irgendwann so sein, dass die künstliche Intelligenz quasi alles übernimmt, dass sie vor Gericht entscheidet, dass sie Bücher schreibt, dass sie Managementaufgaben übernimmt und der Mensch sich nur noch zurücklegt? Das würde aber auch bedeuten, dass die menschliche Arbeit eben keinen Wert mehr hat, wenn künstliche Intelligenz alles besser macht. Und das sind ganz, ganz entscheidende Fragen. Und hier haben wir Menschen, die sagen, wir brauchen künstliche Intelligenz, die alles übernimmt, dann wird alles besser. Wir haben aber auch Kritiker, die sagen, oh, da könnte aber auch ein großes Unheil auf uns zurollen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe darauf auch keine richtige Antwort und auch dieses Buch liefert keine richtige Antwort darauf. Was das Buch aber macht, ist, es stellt einen eben vor diese Tatsache und ja hilft einem, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Also welchen Wert hat der Mensch in einer Welt, in der Technik immer weiter zunimmt und in der durch die Digitalisierung immer mehr Arbeit vom Menschen genommen wird? Was macht dann der Mensch in dieser Welt, in der die Arbeit nichts mehr wert ist? Und das sind alles Fragen, die eben auf uns zurollen im 21. Jahrhundert. Und dann ist ein Werk wie Homo Faber ganz wichtig, denn es hilft uns, das Ganze aus einer anderen Perspektive zu betrachten, einen Schritt zurückzumachen und uns mit dieser Fragestellung auseinanderzusetzen. Denn es ist eine komplizierte Frage, auf die ich, wie gesagt, keine Antwort habe. Aber es ist wichtig, darüber nachzudenken und jeder Mensch muss das so ein bisschen für sich selber entscheiden. Wo stehe ich bei dieser Frage? Welchen Wert hat der Mensch noch in einer komplett durchdigitalisierten Welt? Das war es auch wieder mit dem heutigen Video und mit meiner kurzen Analyse zu Homo Faber. Wie immer könnte man noch stundenlang über dieses Buch sprechen. Ich hoffe, dir hat es gefallen und du konntest ein paar Dinge mitnehmen aus dem Video. Interpretierst du vielleicht Dinge anders oder hast du irgendwas nicht so ganz verstanden? Schreib es gerne in die Kommentare und dann können wir darüber diskutieren.